Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch mal wieder ein paar Sachen umschneidern. Und zwar habe ich mir vier Hosen rausgesucht, die ich ganz gerne umnähen möchte, mit denen ich so ein paar Sachen vorhabe. Manche wollte ich einfach nur in der Teile so ein bisschen enger nähen. Bei anderen habe ich noch mehr geplant. Genau, und falls euch interessiert, was ich mit den Hosen genau gemacht habe, wie die Hosen vorher aussahen, wie sie danach aussahen, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also grundsätzlich gefällt mir die Hose echt gut. Ich habe mich auch gerade gefragt, was ich damit überhaupt wollte. Aber hier oben am Bund ist sie halt wirklich etwas zu locker. Also ja, ich glaube, das ist das, was mich gestört hat. Deswegen habe ich sie auch nicht mehr getragen. Das würde ich auch ganz gerne versuchen, enger zu machen. Also hier ist schon was Kaputtes, kann ich dann gleich mit nähen, weil das kann man hier einfach wieder dran nähen. Aber ja, sonst ist das eigentlich voll die schöne Jeans. Ich weiß gar nicht, warum die die ganze Zeit in meinem Schrank liegt. Aber ich glaube, das hat mich einfach gestört, dass die hier oben doch ein bisschen ausgeleitet ist und locker ist. So, und um den Bund von meinen Hosen etwas enger zu machen, habe ich mir zunächst einmal so ein breites Gummiband gekauft und dann noch diese Riesenpackung Knöpfe. Eigentlich hätten so 10 Knöpfe gereicht, aber es gab nur eine 150er Packung. Also habe ich die mir mitgenommen für 2 Euro bei Teddy, genauso wie dieses Gummiband für 55 Cent. Genau, und ich würde sagen, wir beginnen mit dieser Hose. Ich habe die auf links gedreht, weil wir das hier gleich aufschneiden werden. Genau, ich würde sagen, wir machen hier und hier einen Cut, halt nur in dem ersten Stoff, also nicht komplett durch. Ist ja klar, weil ich hier dann durch den Bund möchte ich dann gerne das Gummiband ziehen. Deswegen werde ich, glaube ich, erst das Gummiband ausmessen und dann hier diese Cuts reinmachen, um das Ganze dann einzufädeln. Okay, damit das Ende nicht ganz ausfranst, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich das einmal so umfalte und dann festnähe. Man könnte rein theoretisch hier auch eine Naht entlang machen am Ende, so dass das Ganze nicht aufgeht, aber ich denke, ich werde das einfach einmal umknicken und dann festnähen. Das Gummiband ist jetzt fertig. Ich habe es hier vorne einmal umgenäht. Ich habe mir dann jetzt nicht so viel Mühe beigegeben, weil man das Gummi eigentlich eh nicht sehen wird. Deswegen habe ich hier jetzt auch so einen Nähgarn genommen und kein weißes. Aber jetzt kann man es ganz gut erkennen. Und zwar ist hier das Gummiband und das soll halt hier durchgezogen werden. Und dann werde ich nämlich auch, deswegen habe ich hier die Knöpfe, da werde ich hier jeweils einen Knopf anbringen. Hier mache ich noch kleine Schnitte rein, so dass man das so ein bisschen variieren kann, wie bei den Kinderhosen im Prinzip. Vielleicht kennt ihr noch jemand von früher, da kann man das ja auch so einstellen. Okay, also so im Prinzip. Ich denke, das funktioniert ganz gut. Und davon machen wir jetzt drei Stück, glaube ich, noch kurz auf jeder Seite, damit wir so ein bisschen mit der Größe auch variieren können. Das Gleiche wiederholen wir kurz hier. Okay, gut, dann haben wir hier nämlich so drei Löcher. Das Gleiche wiederholen wir kurz. Okay, die Knöpfe sind angebracht. Ich werde jetzt hier neben jeweils einen Cut machen. Wichtig ist halt, dass man nicht komplett durchschneidet, weil sonst sieht man halt den Cut auch außen. So, das wäre getan. Jetzt habe ich mir so einen Babypin genommen. Ihr könnt auch eine Sicherheitsnadel nehmen, aber ich habe jetzt keine zu Hause. Ich ziehe das einfach hier durch das erste Loch, was ich gemacht habe. Und mithilfe der Spange können wir das Ganze dann nämlich durch den Bund der Hose ziehen. Ja, genau, das sollte funktionieren. Okay, ich habe gerade bemerkt, dass dieses Schild hier komplett durchgenäht ist. Das heißt, ich muss diese Naht auch noch einmal kurz öffnen, damit wir hier mit dem Gummiband durchkommen. So, das Schild ist ab und dann können wir das Ganze weiter durchziehen. So, ich befestige das einfach mal bei dem ersten Loch. Und das war's. Ich bin super gespannt. Also man merkt, das Gummi hat auf jeden Fall Platz. Wir können es aber dadurch, dass ich da noch ein paar Cuts reingemacht habe, können wir das Ganze wesentlich enger ziehen. Ihr seht, hier. Genau, das Ergebnis nehme ich gleich, wenn ich es angezogen habe. Ich werde jetzt gerade noch hier diese Gürtelschnalle dran nähen, aber das ist relativ uninteressant, weil ich werde das einfach nur mit einer Nadel hier mit der Hand ganz schnell mit ein paar Fäden durchziehen, sodass das wieder fest ist. Und dann würde ich sagen, probieren wir die Hose an. So, ich habe hier jetzt mal ein anderes Oberteil angezogen, damit man das besser sehen kann. Auch die Hose sitzt jetzt hier oben richtig gut. Also liegt an, rutscht nicht, steht nicht so komisch ab, sondern passt sehr gut. Ich glaube, hier könnte ich sogar noch ein bisschen das Ganze enger ziehen. Muss man halt aufpassen, weil sich das Ganze sonst so ein bisschen zusammenrafft. Aber auch hier habe ich nochmal neue Löcher in das Gummi reingeschnitten, sodass man das Ganze noch ein bisschen enger ziehen kann. Aber auch die Hose sitzt jetzt obenrum richtig gut, also am Bund. So, das wäre die Hose. Ich muss sagen, dass ich die eigentlich richtig gerne mag. Aber sie ist halt einfach zu locker. Also sie rutscht und mit einem Gürtel sieht es irgendwie auch nicht so schön aus. Deswegen möchte ich auf jeden Fall hier was am Bund machen, dass das Ganze einfach enger sitzt. So, den ersten Knopf habe ich hier angebracht und den zweiten Knopf werde ich jetzt auch hier anbringen. So, die beiden Knöpfe sind angebracht. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder zwei Cuts machen, um das Gummi durchzuziehen. Das hatte ich schon vorbereitet und diesmal hatte ich das auch mit einer Nähmaschine hier einmal umgenäht. Das ging wesentlich schneller als mit der Hand und dabei gab es auch keine Probleme. Also hat sich nicht verhangen oder so. Und hier habe ich auch wieder drei Löcher reingemacht. Okay, erster und zweiter Cut kommt hier rein. Okay, der Stoff hat es auch nochmal in dem inneren Stoff irgendwie vernäht. Das heißt, ich werde dieses Schild hier auch nochmal abnehmen, weil ich sonst wieder mit dem Gummiband nicht durchkomme. Jetzt können wir das Ganze wieder durchziehen. Das Ganze befestigen wir am Knopf, bevor sich das Ganze löst. Und dann haben wir auch diesen Bund fertig. Ich bin so gespannt, wie das angezogen aussieht, Leute. Ich habe bei dem Band jetzt noch ein paar Cuts reingemacht. Ihr seht, hier ist es auch ein bisschen misslungen. Genau, um das Ganze ein bisschen enger zu machen, weil das war dann doch zu viel. Und die Hose sitzt jetzt oben richtig eng. Hier ist kaum noch Platz. Aber sie passt richtig gut. Ich brauche auch gar keinen Gürtel mehr. Also es sitzt jetzt oben rum richtig gut und fest und rutscht auch nicht mal. Einfach als würde mir die Hose so schon passen. Also es ist richtig gut mit dem Gummi. Wie gesagt, da hätte auch noch viel weniger gereicht. Also hätte ich das einfach nochmal ein bisschen enger hier oben geschnürt und dann ein kürzeres Gummi geschnitten, hätte es auch ausgereicht, weil ich jetzt ein bisschen was hier über habe. Das werde ich aber noch abschneiden und dann auch wieder umnähen oder natürlich, wenn man zunimmt, dann kann man das dementsprechend auch wieder lockerer machen oder das ganz rausnehmen. Dann kann man die Hose auch so tragen. Das ist halt super praktisch, weil man das jetzt immer so variieren kann. Diese Hose gehört zu meinen absoluten Lieblingshosen. Das Problem ist einfach nur, dass sie mir wirklich viel zu groß ist. Also die sitzt oben einfach viel zu locker, rutscht deshalb auch runter. Und ich fände es generell, ja gut, wenn man sie weiter unten trägt, ginge das. Aber irgendwie gefällt mir das nicht so. Also irgendwie passt es nicht so richtig. Deswegen hätte ich sie gerne. Da hinten sitzt sie dann auch ein bisschen komisch. Ich hätte sie einfach gerne ein bisschen höher geschnitten und halt enger auf jeden Fall, also dass sie so an der Teile sitzt. Unten könnte man rein theoretisch auch noch was am Bein machen, vielleicht das auch ein bisschen enger machen, aber da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde die Hose so, so schön. Man kann die so schön kombinieren, egal ob sportlich, schick oder sonstiges. Da gibt es so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und deswegen ist es auf jeden Fall eine Hose, aus der ich noch was machen möchte. Das ist auch eigentlich eine XS, aber die ist mir oben einfach zu locker. Also ihr seht es. Entweder ich wende eine einfache Methode an, also ziehe ich hier einfach ein Gummi durch, wie ich das bei den anderen Hosen probiert habe, oder ich werde das hier eventuell so umschlagen. Oder wie gesagt, man doch so ein bisschen umschlagen. Dann ist es nochmal ein bisschen gerafft, bringt ein bisschen mehr Textur mit ein und sieht, glaube ich, eigentlich auch ganz cool aus. Also ich bin noch ein paar mal überlegen, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Vielleicht probiere ich es auch erst mit dem Gummi und dann kann man es immer noch so machen, wie ich es mir sonst anderweitig vorgestellt habe. So, ich habe das Ganze jetzt etwas umgestellt und ich hatte die Hose bereits an, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier was mit Bobbypins befestigt, denn so in etwa soll das dann am Ende aussehen. Ich habe mich doch dazu entschieden, das Ganze zu nähen und zwar nähe ich das auch per Hand, denn wenn man das einmal so umschlägt, ist es doch sehr dick und ich möchte jetzt nicht mit der Nähmaschine da ein paar Nadeln kaputt machen, deswegen werde ich das per Hand machen. Und ich ziehe auch kein Gummiband durch, einfach weil, wie ihr sehen könnt, das ist die hintere Seite, da ist schon ein Gummiband durchgezogen, bis zur Hälfte und hier befindet sich eine Naht, dass es hieß, ich müsste diese Naht aufmachen, das Gummi rausnehmen und dann ein komplett neues Gummi reinziehen. Deswegen habe ich gedacht, ich schlage das so um, weil ich glaube, das wird auch besser aussehen. Dann haben wir hier nämlich so eine Art Falte. Ich habe versucht, das gleich zu machen auf beiden Seiten, also dass der Abstand hier jeweils gleich ist. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich habe das Ganze, hier war eine Schlaufe für einen Gürtel und die habe ich dann noch verdeckt. Und ich habe das einfach einmal so, ich versuche es euch gerade hier vorzumachen, ich habe das Ganze einfach so einmal übergeschlagen. Das heißt, ich werde das jetzt als allererstes hier nähen, sodass das schon mal zusammen ist und dann haben wir nur noch das, so eine Art Schlaufe und die werde ich dann auch nochmal hier dran festnähen. Dabei muss ich auch wieder aufpassen, dass ich nicht durch den Stoff hier gehe, weil sonst wäre das außen sichtbar und ich glaube, das sieht nicht so schön aus. Deshalb, genau, würde ich sagen, wir fangen erst mal damit an. Ich werde das einmal kurz umschlagen. Genau, und das Ganze hier entlang nähen und dafür müssen wir diese Spange auch wieder rausnehmen. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Leute, ich hoffe einfach, das wird was. Es wäre zu schade, wenn das nichts wird, weil ich gerade echt hohe Hoffnungen in die Hose setze. Aber naja, ich werde jetzt hier durchnähen, sodass wir diese eine Schlaufe haben. Ich werde jetzt die Spange einfach mal hier stecken lassen und nebenher nähen, damit das Ganze auch nicht verrautscht. Ich werde die Reihe jetzt nochmal zurück entlang gehen. Also, ihr könnt es ganz leicht sehen, wo ich langgegangen bin. Einfach, damit das Ganze fest sitzt. Au! 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 Ich hoffe, es wurde gerade aufgenommen. Ich bin gerade fertig geworden und mir ist aufgefallen, ich habe das nicht gerade gemacht. Also seht ihr, ich hätte es ein bisschen höher ziehen können, dann wäre das auch verdeckt gewesen. Aber ich werde das jetzt einfach hier so ein bisschen nach oben ziehen und dann hier festnähen. Ich glaube, hier einfach ein paar Nähte machen durch den ersten Stoff, also nicht durchs Gummi gehen, weil das zu dick wäre. Also sprich, ich nehme die Schicht. Und ich werde es so weit weg ver turbulenten sein. Also ein bisschen fit ist, ich habe einen ganz esperaund, Und ich werde das Ganze einfach überprüfen, ich mache diesen so weit weg. Und wir werden auch noch zu überprüfen, So, die erste Seite wäre fertig. Das Ganze sieht jetzt so aus. Genau, und das Ganze werde ich jetzt auf der Seite wiederholen. Ich nehme das Ganze nicht auf, weil ich das hier schon alles aufgenommen habe. Und deswegen werde ich das jetzt ganz schnell noch fertig machen. Und dann seht ihr die Hose auch schon angezogen. Diese Hose, auf die ich mich am meisten gefreut habe und ich auch am meisten gespannt war. Und ich muss sagen, die ist mir richtig gut gelungen. Also, genau, ich habe sie hier oben eng genäht. Sie sitzt jetzt richtig gut an der Taille. Sie sitzt eng genug, sitzt weit genug oben. Jetzt, ja, ist es auch nicht zu locker, sondern es sitzt einfach richtig gut. Ich bin so zufrieden mit der Hose. Das Einzige, was so ein klitzekleines Problem für mich darstellt, ist, dass sie jetzt einfach super eng ist. Also hier reinzukommen ist sehr schwer und ich muss wirklich aufpassen, dass die Naht hier nicht reißen tut. Dafür sieht sie halt richtig gut aus und ich werde die jetzt mit Sicherheit viel öfter tragen. Die mag ich sehr gerne. Ich liebe die sowieso und bin so froh, dass das so gut geworden ist. Genau, man hätte hier zum Beispiel, da wir ja schon hinten, in der hinteren Hälfte, sage ich es mal so, haben wir ja bereits einen Gummi. Aber hier vorne halt nicht. Ich hätte das hier vorne rausnehmen können und das Gummi einsetzen können. Dann wäre das, hätte das so ein bisschen mehr Stretch. Oder man hätte das Ganze hier aufmachen können, weil hier ist so ein Schein-Fake-Reißverschluss. Hätte man aufmachen können und hier einen Knopf anbringen können. Dann hätte aber wiederum Naht gefehlt, weil dann hätten wir hier hinterher auch noch Stoff gebraucht, um den Knopf zu befestigen. Aber sie ist wirklich richtig gut geworden und ich komme ja rein. Also von daher würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nochmal gut gegangen. Und ich freue mich so unfassbar über dieses Ergebnis. Hier ist ja die eine Stelle so ein bisschen schief geworden, aber das fällt gar nicht auf. Und das finde ich hier auch symmetrisch geworden. Das gefällt mir sehr gut, dass man hier noch so ein bisschen mehr Textur hat. Genau, also bin ich auf die Hose super, super stolz. Ich finde, die ist richtig gut gelungen einfach. Einige kennen vielleicht auch schon diese Hose und zwar mag ich die richtig gerne. Und auch gerade, als ich sie angezogen habe, habe ich gemerkt, wie schön diese Hose eigentlich ist und wie lange ich eigentlich nach so einer Hose suche. Nur das Problem, was ich auch schon in einem Haul genannt hatte, ist einfach, dass sie hinten etwas verschwindet. In einer Region, wo sie nicht verschwinden sollte, sagen wir es so. Und deswegen, also wenn man sie tief trägt, dann passiert das nicht. Aber ich finde, das ist eine Hose, die man sehr schön halt weiter oben tragen kann. Also es würde halt viel besser aussehen, wenn sie weiter oben sitzen würde, auch mit den Beinen unten. Deswegen ist mein Vorhaben, die Naht aufzutrennen. Den Schritt einfach etwas weiter anzusetzen. Ich weiß doch nicht, wie das klappt, ob es funktioniert. Aber das ist so mein Plan, weil der halt einfach zu weit oben ist. Und das deshalb halt an bestimmte Stellenrutschen, wo es nicht hin sollte. Aber ansonsten finde ich die Hose so toll. Deshalb hoffe ich einfach, dass das Ganze funktioniert, sodass ich sie auch mal in der Öffentlichkeit tragen kann. Die liegt jetzt schon leider echt lange in meinem Schrank rum und ich mag die so gerne. Wenn sie weiter oben sitzt, sieht es auch mit den Knöcheln schön aus. Dann sieht man ein bisschen die Knöchel. Dann ist das auch nochmal definiert. Und ja, deswegen hoffe ich, das funktioniert mit der Hose. Drück mir die Daumen. So, auch diese Hose habe ich jetzt erstmal auf links gedreht. Und mein Ziel oder beziehungsweise mein Vorhaben war es, die Naht sozusagen hier weiter hinzusetzen. Das heißt, dass ich das Ganze, ups, so hier noch einmal zusammennähe. So, dass generell der Schritt ein bisschen weiter außen sitzt, sagen wir es so, oder auch tiefer. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt, doch ich fange hier an und ich gehe von hier oben, würde ich sagen, nehme ich erstmal so ein Zentimeter. Oder ein Latschuh. Doch, wir nehmen hier so ungefähr ein Zentimeter und das... Oh, der markiert gar nicht. Ich würde sagen, hier nehme ich erstmal so ein Zentimeter. Und wir werden ein bisschen größer zu anderthalb. Eigentlich möchte ich auf zwei kommen. Deswegen bis hierhin nehme ich... Oder zwei ist schon viel. Äh, zwei ist das Höchste, was ich mache. Man kann es ja dann immer noch versuchen, enger zu nähen. Ich markiere das jetzt einfach hier mal runter. Bis zum Schritt mache ich das jetzt. So, ich habe das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite markiert, weil mir eingefallen ist, dass das Ganze ja so auf die Nähmaschine gelegt werden muss. Genau, also ich habe, wie gesagt, hier oben mit einem Zentimeter angefangen und bin dann halt immer weitergegangen, bis ich zwei Zentimeter ungefähr hatte. Das Ganze werde ich jetzt festnähen. Oh, es hat sich hinten verzogen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier hat sich das so ein bisschen verzogen. Ich knote das gerade fest und dann probiere ich sie einfach an. Oh. Ist der Faden noch abgerissen? Also hinten geht es jetzt einigermaßen. Nur vorne sieht es halt ein bisschen komisch aus, weil hier jetzt zu wenig Stoff ist. Das heißt, wir müssen das hier einmal die Naht auch nochmal ein bisschen mehr zusammennähen. Und dann würde es nämlich von hinten auch nochmal ein bisschen Stoff zur Seite ziehen. Das heißt, da müsste das alles eigentlich ganz gut sitzen. Deshalb, ja, werden wir hier jetzt Stoff wegnehmen und das Ganze etwas enger nähen. Aber wie gesagt, hier am Bund lassen wir es frei. Also die Naht werde ich dann hier entlang machen und dann hier wieder etwas näher, ja, zur Hauptnaht sozusagen gehen. Das heißt, ich werde jetzt aber hier vorne nicht mehr so viel Stoff wegnehmen, weil so viel Stoff hat die Hose dann vorne auch nicht. Gerade weil wir hier auch an den Seiten, ja, rechts und links noch so Raffungen haben. Deswegen werde ich, ich glaube, ich werde hier so höchstens 1,5 cm wegnehmen oder so. Oder ich lasse es bei 1. Ich fange mit 1,5 an, glaube ich. Und gehe dann runter auf 1 und belasse es dann auch dabei. So, dass wir auch hier vor dem Bund wieder auf 0 sozusagen kommen. Also gehe ich hier Richtung Ende nochmal etwas kleiner. Oh, hä? Ich dachte, ich wäre schon am Ende. Nein! Was ist das denn? Okay, ich habe hier, ich dachte, ich wäre am Ende. Ich frage mich gerade, wie das kam. Ich dachte, ich wäre schon hier bei der Naht. Aber mein unterer Faden ist sowieso leer. Von daher, ja, wechsle ich das gerade aus und tue den Rest. Ich weiß nicht, ob es aufgenommen hat, aber meine Nadel ist gerade komplett zersprungen. Trotzdem sind wir aber gerade noch zum Glück ans Ende gekommen. Ich werde das, oder? Ich bin leicht verwirrt. Ich habe jetzt hier so viele Fäden. Ich werde das jetzt einmal verknoten. Und dann ziehen wir die Hose zum Finale an und schauen, wie das Ganze geworden ist. Das Problem war jetzt auch einfach mit dem Nähgarn, weil das jetzt kein hochwertiges Nähgarn war. Die ist auch ständig hängen geblieben und konnte den Faden nicht richtig abziehen. Also die Nähmaschine. Genau, werde ich die umdrehen und dann probieren wir sie zusammen an. Okay, kommen wir zu der Hose, wo ich am gespanntesten war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht so ein großer Unterschied zu erkennen. Dann hinten habe ich immer noch das gleiche Problem. Wobei, wie man das Ganze so ein bisschen hier an der Seite mit nach vorne zieht, geht es einigermaßen. Aber halt vorne hatte ich auch dieses Problem. Es hat sich so ein bisschen gelegt. Also nachdem ich das erste Mal genäht habe, war es ja vorne. Sah es sehr komisch aus. Jetzt geht es einigermaßen. Aber, ähm... Ja, ich bin mir nicht so sicher bei der Hose. Also, ich weiß es nicht. Hinten ist es mir, glaube ich, immer noch zu viel. Aber dennoch bin ich mir nicht so sicher bei der Hose. Aber ich mag sie so gern und ich wünsche mir so sehr, dass das funktioniert. Deswegen, ähm... Ja, schaue ich mal. Also hier hat es so mittelmäßig funktioniert. Ich habe mir noch ein bisschen ein besseres Ergebnis erhofft. Ist nun mal jetzt so geworden. Vielleicht hätte ich die auch komplett auftrennen sollen an der Naht und das Ganze dann wieder zunähen. Ich glaube, das wäre auch einfacher gewesen, weil die Naht hat sich so ein bisschen verschoben. Ich glaube auch, weil das Nähgarn jetzt auch nicht so top war, weil ich das in so einem Sammelset hatte. So, das war's mit dem Video. Ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Die Hose hatte ich jetzt schon zweimal an, weil ich die so toll finde. Bei der muss ich noch ein bisschen schauen, ob ich mich damit zufrieden geben kann. Ähm... Ich schaue auch noch mal, wie sie vorher und wie sie nachher aussahen. Und auch die passen mir jetzt endlich richtig gut. Ich muss sagen, das Ganze hat wirklich gut geklappt. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Dann weiß ich, dass ich mehr solcher Videos hochladen kann. Denn das waren nicht die letzten Stücke, die ich vorhatte, umzunähen oder neu zu nähen. Falls euch das interessiert, ich werde euch mein erstes Video zum Thema umnähen gleich in der Endcard verlinken, so wie in der Infobox. Video wünsche wie immer in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!